Leute, was geht und willkommen zu dem Video. Ich möchte mich nur bedanken für 400 Abonnenten. Ja, ich habe nämlich mal wieder beim Livestream gedacht, die 400 Abonnenten geknackt. Dafür danke. Es wird jetzt kein Abospecial oder sonst was geben, denn ein großes Abospecial wird es 500 Abonnenten geben und ich bin auf einem guten Weg dabei. Also danke an alle 4400 Abonnenten in der Saison. Erst krass, wenn man bedenkt, das ist vor. Lass mich nicht lügen. Ich schaue jetzt mit nach, wann ich ungefähr das 250 Abonnenten hatte, denn ich weiß dieses leider nicht mehr auswendig. Das ist, wann war das? Gut, 15. Juni. Das heißt auf gut Deutsch, wo ist das Kalender? Ja, hängt es auf am Monat. Das war noch 50 Abonnenten hatte und jetzt 400. Das heißt, ich habe verdammt nochmal 200. Ne, ich nicht war 150 Abonnenten plus gemacht. Das ist krass. Dafür sage ich danke. Und an alle, die mir so tatenkräftig unterstützen, etc. etc. Danke dafür. Finde ich es cool. Ich finde es, ich sag mal krass, wie weit es jetzt vorankommen. Und ja, dem man es pressen. Danke für alles und ich hoffe, wir sehen uns in den nächsten Videos wieder. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Danke nochmal für die 400 Abonnenten und ciao.